Was hast du da in deiner Hand? Nur ein Bild für Tatjana. Zeig mal her. Alter, das sieht ja richtig geil aus. Wie lange hast du dafür gebraucht? Das willst du nicht wissen. Es ist eigentlich für Tatjana, aber sie hat mich nicht eingeladen zu ihrer Geburtstagsparty. Komm, wir fahren trotzdem hin. Bist du dumm? Ich geh ins Auto dabei. Nein. Hey, mein Freund Mike hat was für dich. Was macht ihr auf meiner Party? Ihr seid doch gar nicht eingeladen. Egal, wo ist er. Hier, bitte. Danke. Whoa. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020